TipTap Tune Das ist Max Und das ist Ash Kanal für Kinder TipTap Tune Kinderkanal Hallo, das ist Max Und Ash Und wir haben hier ein tolles Paket von Nego DiNiago Weißt du, was ist das Max? Ja, das ist Coles Donnerbike Zeigen, was da drin ist Hier vorne ist Coles Donnerbike ganz groß Und das ist Cola mit seinem Geisterschwert und seinen Geisterbrachen Und weißt du, wer das hier ist? Ja Der und der Das sind Screamer Sie wollen Cole in einen Geist verwandeln Und das hier ist die Aero-Klinge Auf der Rückseite ist sie nochmal besser zu sehen Das hier sind die Shooter von Cole Cole kämpft gegen den bösen Cola der aus einem Drachen reitet Dabei setzt er die Aero-Klinge ein Coole, verstellbare Doppelshooter Hier kämpft Cole gegen Cola der sein Geisterschwert einsetzt Das machen wir jetzt auch, Ash Ja Oh, hier sind Räder von dem Motorrad noch eins Tüte Nummer 1 Tüte Nummer 2 und eine Anleitung Mit dabei sind auch noch diese Sticker für Coles Donnerbike Jetzt machen wir es auf Ihr müsst euch so lange dort zeigen wie es euch ein Zertreffer Los geht's Bis zum nächsten Mal 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 So Max und Ash, jetzt zeig mal her, wo ist das Motorrad? Hier. Das Motorrad, wie kann ich das denn Motorrad nennen? Das Donnerbike. Ach, cool. Da ist es. Cool, finde ich. Da muss ich drinsitzen. Okay, dann setzt man Kohl da rein. Ist das auch richtig drauf? Ja. Okay. Hey, was ist denn mit mir? Ja, und wer bist du denn? Ein Geist. Cola bin ich. Ah, Kalu Cola. Hallo. So, jetzt wollen wir sehen. Da ist also das Donnerbike. Und was ist das hier? Der Drache von Cola. Und da ist doch Cola drauf, oder? Eigentlich ja. Dann setzt ihr mal drauf. Cola sitzt auf dem Geisterdrachen und fliegt damit um das Donnerbike herum. Und guck mal, den kann man auch bewegen. Das ist der Schwanz vom Geisterdrachen, na klar. Und das sind die Screamer? Und der hat eine Bratwurst in der Hand. Und der andere hat seine schon aufgepressen? Ja. Die sehen aber echt unheimlich aus, die Screamer. Was haben wir jetzt hier an dem Motorrad? Wenn man hier die Räder dreht, vorsicht, Säcker, schießen. Der kann so weit schießen? Der kann schießen. Dann zeig mal. Wow, noch rein. Wow. Wow. Mann, der kann mich ja richtig abschießen. Das ist ja cool. So, und jetzt sind fast alle abgeschossen? Ja. Okay, die anderen schießen auch noch ab. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Kleinen so weit geschossen werden von dem Motorrad. So, wir haben jetzt alle Patronen weggeschossen und einmal neu geladen. Hier sind die Shooter neu geladen. Und einige Patronen sind bestimmt noch unter den Sofa gelandet. Zum Glück kriegen wir von Lego ein paar mehr mit. Und jetzt haben wir ganz am Anfang gesagt, man kann das auf hoch und runter klappen. Ja, so. Die sind ja weg. Also ein normaler Fahrmodus und ein Angriffsmodus. Genau, so. Und hier sind noch Stuhlchen, die sind da wieder. Und wenn man irgendwo gegenfährt, tut sich das auch schon nicht weh. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal. Übrigens, wir sind jetzt auch auf Twitter, Facebook und Google+. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tipptap Tune. Das ist Max. Und das ist Ash. Kanal für Kinder. Tipptap Tune. Kinderkanal. Hey Tal. IoTamos. Bye. Musik. 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 Mal gest� Symptom.